Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kopp und unser Thema heute die Neuheit der Vierbeere Orangesse. Es ist noch keine Neuheit. Sie wird erst in ein, zwei Jahren auf den Markt kommen, aber unser Arbeitstitel ist Orangesse. Und das ist die Blüte. Es ist eine Vierbeere der ganz anderen Art. Man sieht es schon bei der Blüte. Man kann sie vielleicht mal von nahem sehen. Schon die nicht aufgegangenen Blüten, Blütenstiele sind rot. Und auch in der Mitte hat die Blüte sehr viel rot. Normale Vierbeeren haben manchmal in der Mitte rot. Und zwar meistens dann, wenn die Blüte selber schon am Verbleichen ist, am Verblühen ist. Orangesse aber hat schon die Blütenstiele rot, was einen ganz warmen, gelben Gesamteindruck gibt. Und Orangesse so interessant macht. Aber das Interessanteste, das werden Sie in drei Monaten sehen, wenn es nämlich fruchtet. Orangesse fruchtet früher, schon im Juni. Und Orangesse ist orange. So, schauen Sie wieder vorbei bei Gartenvideo.com. Schauen Sie vorbei auf Lubera.com und schauen Sie, wenn Orangesse aus Neuheit auf den Markt kommt. Wahrscheinlich 2012 oder 2013. Wie immer diskutieren Sie mit. Würde Ihnen so eine Vierbeere gefallen, werden Sie sie in Ihren Garten pflanzen. Schreiben Sie unten Ihre Kommentare rein. Und glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle. Eben darum diskutieren Sie mit und gärtnen Sie weiter.